Erst vor kurzem war ich bei der Akademie der Künste, die den Preis verliehen haben, an Julian Assange. Und dort habe ich auch ein Buch von Nils Melzer erworben. Also dieses Buch geht über Julian Assange. Und dieses Buch kann man zusammenfassen, indem, dass es schon seit Jahrzehnten mehrere Länder zusammenarbeiten und wenn es nötig ist, wird gemeinsam Menschen verfolgt. Also da ist die Kooperation nicht zu leugnen und das können wir lernen. Also das haben wir leider noch nicht raus. Und diesen Samstag am 2. Dezember ist die 5. Solidaritätskonzert in Berlin. Ich bin dabei und falls du auch dabei sein möchtest, ich verlinke unter diesem Video eine Webseite, wo man weitere Informationen findet. Also lass uns Solidarität leben. Wir leben nicht nur bei einem Mensch, sondern bei allen Menschen. Denn die Freiheit wurde uns in den letzten drei Jahren allen genommen. Und die müssen wir uns zurückholen. Und die Freiheit wurde uns in den letzten drei Jahren allen genommen. Und die Freiheit wurde uns in den letzten drei Jahren schon wieder ner. Vielen Dank.